STAGE STAGE Entertainment, Europas größtes Live-Entertainment-Unternehmen, Holiday on Ice übernommen. So entstehen besonders innovative und originelle Show-Produktionen. Holiday on Ice hat schon überall gastiert. In der Wüste von Abu Dhabi, im exotisch warmen Mexiko und in den kalten Wintern Russlands. In der modernen Metropole Shanghai, im schwungvollen Rio de Janeiro und in 620 Städten weltweit. Seit 65 Jahren setzt Holiday on Ice international Maßstäbe für Eisshows von höchster Qualität. Der Name steht für den perfekten Mix aus fantasievollen Kostümen, mitreißender Musik, überraschenden Lichteffekten und anspruchsvollen Choreografien. Präsentiert von den besten Eiskunstläufern der Welt. Inzwischen hat Holiday on Ice 90 verschiedene Eisshows produziert und in 55.000 Vorstellungen aufgeführt. Mehr als 320 Millionen Besucher haben 6.000 Künstler in 25.000 maßgeschneiderten Kostümen erlebt. Insgesamt wurden über 3.200 Quadratkilometer Eisfläche gebaut. Das entspricht viermal der Fläche von New York. All das sind Rekordleistungen im Live-Entertainment. In dieser besonderen Saison feiern wir unseren vierten Guinness-Buch-Eintrag als meistbesuchte Eisshow der Welt. Die Weltpremiere unserer neuen Produktion Energia und den 65. Geburtstag von Holiday on Ice. Wir sind stolz auf unsere einzigartige Tradition, blicken in eine aufregende Zukunft und werden unsere Zuschauer immer wieder mit spektakulären Eisshows begeistern. Feiern Sie mit uns!